Voller Einsatz, ja. Da gehen wir in die Luft. Du weißt, wie das läuft. Nein, nein. Nein, nein. Du musst drepten. Der war schlau. Der hat links abgedreht. Das hat's gleich gedreht nicht gut. Stimmt, der hat extrem dabei ab. Der bleibt aber eh gleich irgendwo stehen. Mir egal. Nicht gleichzeitig. Wo willst du hin, mein Kleiner? Wo willst du hin? Erstmal, wo willst du hin? Ausgleich. Da ist noch einer dahinter. Da ist noch einer hinter ihm. Ja, ich bin am Nachland. Push nach links. Er ist dahinter der Palme da. Ich muss kurz metten. Ich war in Semi gerade, das war sehr... Ich auch. Oh, der schießt ja durch. Schießt du, wo die Tracer kommen? Ich seh ihn nicht. Wenn ich hier schon ruhig hinschaue. Jetzt seh ich ihn. Ja, gerne. Hinten, hauen. Hinten, hauen. Nice. Hinten, hauen. Hinten, hauen. Bei mir leckt mega. Bei mir auch. Also alles super verlangsamt. Der eine ist hier weg. Abgeharmt. Ja. Ich loote ihn ganz kurz. Für Booster und med. Und allem möglichen Scheu. Brauchst du Dreierweste? Ne, ich hab... Der andere hat's nicht bricht hier gerade. Ja, ja. Kriegen wir später. Ich komm zurück zum Sponsor, damit es wieder fehlt. Hinten, hauen. Hinten, hauen. Siehst du ihn? Ja, hast du. Was ist denn hier los oder? Sind wir hier in der Zone ja, ne? Ja. Das gibt's auch wieder einen Spottspass. Ich hätte den ja gerammt, aber der ist von sich selbst angehalten, also dachte ich, mehr speichern mal wird er gibt es braucht es war auch mega wieder ich hatte auch einzelfeuer nur drin der nackt die verkauf ein paar zu haben ja durchaus die cz nämlich auch was erstmal die kabe ein ausgerüstet ja ich muss noch mal ganz kurz hast du die kabe mitgenommen die liegt auf dem boden also aber ich noch platz für die wenn du die ich will die aber nicht oder doch sonst nimmst du die praktik moni auch wieder hinter 12 habe leider nicht mehr das waren nur noch zehn schoss die brauche ich nicht ich habe ich dachte da hat mehr cz moni noch aber leider nicht nur fünf schuss aber den erste gelootet den ersten ja dann gehe ich zu dem dritten danach geht es auch wieder auf sehr viel das ist ja auch nämlich mit ja sehr gut wäre gut ja ich habe ja schon eins aber die sind auch mit zwei praktisch das geht auch zum vortrag weil was ich mache ist ich drifte in die rein seitwärts dann nimmt man deutlich weniger schaden ich weiß ja du kannst auch seitwärts irgendwie gegen hauser klatschen und es passiert nicht viel das war der land rover oder den wir vorhin gesehen hat man am terminal kommt er auf uns zu der fette weg er ist in dem kleinen kapuf drin bin ich tot bin ich nicht tot ich bin rausgetappt nämlich ja ich bin dabei rausgetappt in dem moment das mache ich sehr gerne komischerweise irgendjemand sollte den mal beitragen wie man das richtig macht was die versucht haben ich dachte gerade wir gehen dabei schon wieder drauf alter das ist ein spieler mal so ich meine das ernst ich spiele mal so ich hatte noch katie mal merck weil sie liegt noch mal dass das war dein weg das raus ist wollen wir nicht der ist wie wir müssen wir nehmen unser herzwerk steckt am boden ein herzwerk ist eigentlich besser für das was wir machen aber ich packe jetzt mal ein rucksack das katie beim weg warte wo liegen die seine leichen hier war noch muni und wenn wir auf strakos gehen bei muni also falls du 5 und 6 muni brauchst ich hab 16 max ich hatte immer nur so 10 oder so das reicht auch sind ja nicht mehr so viele übrig oder wie unsere suv auch schon mal die reifen an der sie mit dem punkte der suv er wurde richtig ich will ihm auch noch scholle pecky lebt noch der war bei der wieser europäer er hat so viel gekillt er muss hier gewesen sein was mit dem kollegen hier an wenn wir gleich sehen außerdem das war so lange auf mehr viel wie viel sollte er noch gelootet haben da links steht auch ja der 100 pro links an den stein am auto wenn ich mir sehr sehr sicher da genau in der mitte der ist es hinter stein ist links hinter uns da ist 100 pro jemand das auto steht einfach das ist eine leiche oder was auf die steine jetzt hier rechts soll das ja ja genau das hier das ja mal drin ja wir kommen gleich noch mal zurück mit motor aus ich werde dann quasi vor die steine vorklatschen dann schnell aussteigen dann hat man einzelfeuer modus und am anfang oder üblicherweise nicht muss einfach nur scheiße gebaut haben beim einsteigen bei der g du links rum ich habe sein kopf gesehen er hat hochgeschaut was soll ich machen 4 die leute immer so langsam reagieren kann das auto nochmal reparieren ich habe keine reparieren ja ich habe mal geschaut ob er in sein auto rein hat aber hat er nicht links waren gerade schütze echt oder warst du das schuss ein schuss aber ja da war richtung vier irgendwo am strand lang aber der ist wie wir da auch mal bessere tage gesehen wir haben auch vorne keine scheibe mehr ne der ist nicht besser gepanzert alter das ding ausschaut es ist so risky hier so rein zu brettern ey wir sind im sneak mode das Ding versuchen das Ding zu schont ah ja aber mach ca es ist so ist der eine jetzt draußen verreckt ist der eine jetzt draußen verreckt Nö, das liegt ja nicht. Ich habe leer geschossen. Irgendwas kam von ganz drüben noch. Oh, ja, der hat mich auch... Ich habe nicht nachgeladen, fuck. Ja, Brandeck kill doing. Ich habe nicht nachgeladen. Wie viel der schon wieder kassiert hat? Ich wollte gerade schießen und habe abgedrückt und habe nur so klick. Ich wollte schießen, klick. Warum habe ich so viele angefangen im Max? Ja, warum wohl? Was machen wir hier gerade? Ich stehe hier am Stein rechts von dir und nicht erschrecken. Der kann eigentlich nur noch auf der anderen Seite. Kann überall noch sein, aber ja. Auch wenn der SUV wieder jagen geht. Ja, der Letzten wäre es der Letzte. Division. Sagt mir nix. Ja, mir auch nix. Der Keto ist jetzt beide. Der letzte Keto ist beide. Das würde mich nicht mal so wundern. Ein bootersprayer auf den SUV und wir sind fort. Wir sitzen in einem Auto, was kein Panzerungswert mehr bietet. Überhaupt keinen. Der würde im Wald da drüben irgendwo sein. Der kann ganz minimal noch da vorne in den Busch drin sitzen. Minimals da vorne. Wahrscheinlich. Ich tende ja eher dazu. Der würde an der Zone sterben, aber... Hä? Hast der nicht gesehen? Hä? 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 Äh, warte, 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 wo? Ah, da! Links, links, links. Hä? Ich sehe da was liegen auf dem R4. Ich hab da kein Blatt gefahren und ich hab da auch keinen toten vorhin gesehen. Hä? Ey, der hat mal eine CZ noch, warte mal. So gut, der hat nicht mal geschossen. Ja, weil er sneaky bleiben wollte. Das war der Typ, der auf mich geschossen hat, einmal mit seiner CZ. Ja, aber der hat mich doch voll auf ihn einlenken gesehen. Ja, aber... Was machen wir jetzt? Haben wir zwei Autos mit dir mal einen Kampf machen können? Wir haben keine zwei Autos, wir haben eine halbe. Du nimmst den Land Rover da vorne. Der ist kaputt. Den fehlt mir Reifen. Ja, dann nimmst du den halt. Es gibt nichts mehr. Wir machen jetzt einfach einen Spray battle. Es geht ein paar Meter weg und dann wird TRG gesprayed. Ja, warte, ich nehm die CZ kurz, dann mach ich auch einen Spray. Nein, nein. Das heißt Sprüh. Das heißt übrigens Sprüh. Okay, TRG 21 Sprühgefächt. Auf die Distanz? Warte, ja, ja. Schön, schön Long Range, sonst macht's keinen Spaß. Denk dran Tracer zu laden. Achso, ja, warte mal, äh. Wollen wir mal die 20er Max hier rausbördern. Oh, das kommt weg, das kommt weg. Soll ich mal alle... Ich lad... Ich tu mal. Hab ich genug Trace dabei? Egal, sag, wenn du geladen hast, dann ist GAU gleich. Nächste Server Message ist GAU. Warte mal, ich muss doch schauen, ob ich Tracer drin hab. Ich hab doch hier grüne Tracer drin. Wo bist du? Also drüben. Ich geh rüber. Vielleicht geh noch ein bisschen hier rüber, dass ich nicht die Grasbüschel im Weg hab. Haha. Wir halten aber wirklich durch, okay? Ja, das bei Ihnen. Ich zuck meine Nase, das ist ungünstig. Ich darf eh wieder raus. Boah ey, du bist da... Habe ich bei dir auch so einen behinderten Hintergrund? Ja. Okay. So beide. Ich muss mich übel konzentrieren, weil dieser rote Punkt vom RCO... Ja, du hast da unten so ein Büschirm, aber du wechselst da unten von hell in dunkel. Lol, da war ein Blitz links im Bildschirm. Hä? Ich glaube, wir machen das noch 5 Stunden hier so. Lol. Lol, wie... Lol, 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 lol. Wie lebst du? Ja! Wie viel HP hast du noch? Ich hätte gebrochene Beine, das war das Problem. Das ist nicht mein Wegen. Aber ich... Mein Glück war, ich hab eher nachgeladen irgendwie als du. Mein Spray war eher fertig, deswegen ich hab noch... 20, 25 ungefähr. Wahrscheinlich ein Treffer. Boah. Aber die Runde war echt funny. Ich bin immer so awake. Ja, das ist... Einfach mit Sachen rammen, rausspringen, die sprayen, ehe sie... Ja, vor allem inzwischen... Ja, inzwischen kann man halt einfach schnell rausspringen. Weil früher war das so, du steigst aus, und ehe du ausgestiegen warst, da musst du dir erst die Waffe noch rausholen. Und wenn du dir jetzt einfach zack raus aus dem Auto schnell rauskommst, dann... ...ejecten, beim Anhalten, du musst langsam genug sein, dass du dann nicht einfach rumgeschmissen wirst. Das kann passieren. Ja, und du musst... Aber du willst quasi, wenn das Ding noch 2 kmh drauf hat, raus, weil... Ja, ja, ja. Wir halten komplett an und nehmen die Get-Out-Option. Und die hast du tot, weil du dann aussteigen. Aber die oder die. Du musst halt auf dem Airfield schön seitlich reindriften, Auto zerstören, rausspringen, draufspringen, reparieren, reparieren, weiter oder an das Auto nehmen. Ja. Mein Rekord liegt bei 8 Autos in einer Wubo-Eck-Runde. Eigene, so wie Gegner, so. Lol. Einfach nur Airfield, voll mit Schrott. Ja.